Samstag auf W24. Mehr Lifestyle, mehr Gesundheit, mehr Tipps. Mehr vom Leben mit Melmerio. Prost, Mahlzeit, meine Lieben. Ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon sehr an meinen ersten Gast. Die Lebenssendung über Bewegung, Entspannung, Ernährung und Wohlbefinden. Mit wertvollen Tipps. Erklär mir das mal. Spitzfindigen Lebensweisheiten. Dieser berühmte Satz Lachen ist die beste Medizin, stimmt zu 100%. Und Anregungen zum Handeln. Melmerio. Ihr Hausmaster und interessante Gäste laden Sie ein. Herrlich, oder? Mehr vom Leben mit Melmerio. Jeden Samstag um 17.50 Uhr.